So, liebe Personal Trainer da draußen, ich möchte mal wieder mit einem Mythos aufräumen und zwar diesmal der Mythos, meine Preise sind so günstig, weil ich jedem helfen will. So, das ist ein riesengroßer Trugschluss, weil wenn du wirklich jedem helfen willst, dann brauchst du ein unglaublich breit aufgestelltes Wissen. Denn du brauchst unglaublich viele Geräte und du brauchst unglaublich viel Ausbildung. So, und dann merkst du schon, wo sich die Katze gerade so ein bisschen in den Schwanz beißt, weil wenn du sagst, du möchtest wirklich jedem helfen, dann brauchst du unglaublich viel Geld dafür, um dir auch das Wissen anzueignen, um wirklich jedem helfen zu können. Und das funktioniert natürlich nicht. Die Wahrheit ist nämlich tatsächlich, dass du viel weniger Menschen hilfst, wenn du sehr, sehr niedrige Preise hast. Wenn jemand dann irgendwo mal ein ganz spezielles Problem hat, mit dem du tatsächlich in dem Moment jetzt gerade nicht weiter kannst und du kannst dir die Ausbildung nicht leisten, du möchtest ihm aber helfen, dann musst du ihn wieder wegschicken. Also die Wahrheit ist, du kannst sogar Menschen viel, viel besser helfen, wenn du höhere Preise verlangst. Also die Wahrheit ist, du kannst dirギт, oder?